Was? So, jetzt aber ihr Mistviecher, ihr Elend-Dich. So, Raketen. Help, help! Mitkid, mitkid, Stimpak, Stimpak, ich nehme alles mit. Ich bin nicht wählerisch. Da ist der Ausgang. Aber was ist da? Noch mehr Gegner. Tolle Sache. Fuck! Ja, wer von der Türquelligster quetscht. Gibt es nicht irgendwie so wenige halbautomatische Strohflinten? Das wäre mal eine schöne Sache. Nein! Oh, es kommt hoch, es kommt hoch. Ja, die können ja frei fliegen, die Viecher. Und es stirbt einfach nicht. Na, also. Komm, weg! Okay, was ist da hinten noch? Das will ich jetzt wissen. Was ist da noch? Lo, lo, lo! Oh! Geh weg! Ich bin schlauer als du! Aber du bist verdammt schnell! Ach, komm! Jetzt habe ich gedacht, da drin sind nur so harmlose Gegner. Dann ist da einer mit der Gatling. Okay, dann speichern wir halt nochmal. Load and save! Äh, save and load! Waren das jetzt alle? Akeden! Bullets! Jetzt bleibt doch endlich mal tot, ihr Mist hier! Okay, ich weiß, wo ich hinkomme, wenn ich die Schande drücke. Und was wird mich dort erwarten? Ach, du Schande! Ach, du Schande! Das wird noch lustig werden! Dann habe ich keine Munition damit. Nur nicht aufhören zu schießen! Nur nicht... Oh, die haben Zielsuchende! Das ist unfair! Ich will auch Zielsuchende haben! Okay, neue Taktik. Ich habe keine Taktik. Schade. Schade, schade, schade. Raus! Nur nicht aufhören zu schießen! Sie sind tot! 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 Meine Taktik funktioniert! Ich bin ein Genie! Ist so toll! Yeah! Und das Ganze hat mir jetzt gebracht... Das sind noch mehr Skelette! Das sind noch mehr Skelette! Ganz toll! Oh ja! Selbsttöten! Selbstmord! Ich erspare mir jetzt weitere Leiden! Ach ja! Ihr mich auch! Zum Glück ist das NG-artig, das Ding. So, speichern. Waren das jetzt alle? Plaketen! Und, ich speichern nochmal. Toll! Ich hab ganz viele Raketen verschossen, um Raketen zu bekommen. Moment. Ich glaub, das ist wirklich so gedacht, weil das erst hier, dann die... Nee. Nee, doch, nee, keine Ahnung. Egal, nach diesem schönen Umweg, der uns fast getötet hat, können wir nur diese Runde verlassen. Toll, das hat sich gelohnt. Ja, komm. Und, wie viele Stunden haben wir heute gebraucht? Äh, dieses Mal. Oh, oh, wie soll ich in 2 Minuten 30 schaffen? Die spinnen doch. Barrels of Fun? Oh, Mann. Soll das jetzt heißen hier, Spaß mit Fässern oder was? Lalalalalalalala... Na, komm. Was ist das denn? Besarco! Der uns wieder voller Energie geübt. Bin ich dafür. Aber sonst irgendwie nutzlos ist. Oder ich bin zu blöd, mit ihm umzugehen. Aber ich glaube, jetzt einfach nutzlos und... Hey, da hat schon jemand aufgeräumt. Äh, haha. Zu früh gefreut. So, jetzt komm ich da nicht mehr rein. War das jetzt klug? Ich hoff's einfach mal. Also, irgendjemand hat das schon gut aufgeräumt. Und ich war's nicht. Soll ich mich das jetzt beunruhigen? Äh, Stimpack. Tote. Noch mehr Augen. Totenköpfe. Eine gigantische Tür. Ein Knopf, um den Aufzug zu rufen. Und ganz viele... Ach, ist da doch keine ernst nehmenden Gegner. Ach, komm, ihr langweilte Milch. Wow, geht die schnell auf und zu. Hä? Hm, irgendwie kommt mir die Runde komisch vor. Sehr komisch. Was ist da denn passiert? Komm her, komm zu Babi. Da liegen so viele... Komisch. Hä? Die Runde verwirrt mich sowas von. Ich weiß aber, warum sie mich verwirrt. Das verwirrt mich eben. Regen tote Gegner. Das ist ungewöhnlich. Ach, komm, geh weg. Glucki. Ah, deswegen das blaue Ding da oben. Hier nervt mich. Geht weg. So. Was ist das? Na, kann ich nicht ausspringen? Habe ich den roten Key doch mitnehmen sollen? Hoh! Aber nein, ich war ja der Meinung, ich sollte ihn erstmal liegen lassen. Komm, geh weg. Okay, zurück den roten Key holen. Oh, da. Halt, was ist da? Oh, ja, ja. Oh nein. Oh nein. Okay. Wo war ich da? Okay, diesmal nehmen wir den roten Key mit und... Da, da. Roter Key? Hm. Wo geht's da lang? Da geht's an eine Wand. Müsste wohl erst einen Schalter umlegen. Mal wieder. Toll. Höh. Da. Hm. Ich mag dich nicht. Du hast Mundgeruch. Und... Was willst du denn? Du hast auch Mundgeruch. Geh weg. Ich hab alle Mundgeruch. Ganz übel. Und ich schütze mich vor Mundgeruch. Mit Helmen. Moment. Ich bin nur zu blöd und mach den Fehler zweimal. Lalalala. 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 Höh. Nicht getroffen. Schnaps gesoffen. Put. Wenn ihr leckt, hat's gut geschmeckt. Hallo. Ich bin ein neuer Nachbar. Und ich mag dich nicht. Oh, Gegner. Noch mehr Gegner. Mann, 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 Mann. Munition. Ich brauch Munition. Hier kommt das contempl square. Und dann wenn nonton coffin ich będę. Und du bist. Und du bist faisOL. Und du bist gange. Und du bist. Und ich bin nicht erle kilometers. Vielen Dank.